Was ist Pilonid-Krankheit? Die Pilonid-Krankheit ist eine Erkrankung, bei der die Haut direkt über der Gesäßfalte infiziert oder entzündet wird. Die Krankheit beginnt häufig mit einem Abszess in der Geburtsspalte, der empfindlich und geschwollen ist und möglicherweise Flüssigkeiten abfließen lässt. Nachdem der Abszess alleine oder mit der Behandlung verschwunden ist, entwickelt sich ein Pilonid der Sinus oder eine Hülle unter der Haut. Pilonid-Erkrankungen treten meist bei jungen Menschen auf, meistens zwischen 18 und 40 Jahren. Männer sind häufiger betroffen als Frauen, und adipöse Menschen oder Menschen mit steifen, dicken Körperhaaren sind auch anfälliger. Ein Lebensstil oder Job, der längere Sitzphasen erfordert, trägt auch zur Wahrscheinlichkeit bei, dass Pilonid-Erkrankungen auftreten. Übermäßiges Schwitzen und mangelnde Hygiene können eine Pilonid-Zyste infizieren und zu Pilonid-Erkrankungen führen. Eine Pilonid-Zyste, oft das erste Anzeichen einer Pilonid-Erkrankung, kann von einem großen und schmerzhaften Abszess bis zu einem kleinen Pickel variieren. Wenn der Bereich infiziert ist, fließt geruchsintensive Flüssigkeit ab, und der Bereich ist rot und zart. Die Infektion kann auch Fieber oder Übelkeit verursachen. Die sich entwickelnden Pilonid-Nase-Nebenhöhlen können sich auch infizieren und Schwellungen, Schmerzen und Drainage verursachen. Ein in die Haut eingebettetes Haar verursacht eine Pilonid-Zyste, aus der sich eine Pilonid-Krankheit entwickeln kann. Druck auf den Gesäßbereich, der durch Aktivitäten wie Radfahren oder längeres Sitzen verursacht wird, kann dazu führen, dass Haare in die Haut eindringen und zystisch werden. Das Dänen tiefer Hautschichten kann einen Haarfollikel reißen, und das Haar, das aus diesem Follikel wächst, kann auch eine Pilonid-Zyste verursachen. Eine infizierte Pilonid-Zyste wird typischerweise mit einem einfachen Verfahren behandelt, bei dem ein Arzt den infizierten Bereich entwässert und Haare und anderes Fremdmaterial entfernt. Um Pilonid-Nase-Nebenhöhlen oder chronische Pilonidale Erkrankungen zu behandeln, ist eine komplexere Operation erforderlich. Bei diesem Verfahren öffnet ein Arzt die Nebenhöhlen oder Abszesse, reinigt sie und lässt sie offen, um von innen heraus zu heilen. Wenn die Wunde zum Heilen offengelassen wird, verringert sich das Risiko, dass eine Infektion erneut auftritt, nachdem die Wunde geheilt ist. Wenn eine Operationswunde nicht richtig versorgt wird, ist eine wiederkehrende Infektion viel wahrscheinlicher und die Pilonie der Krankung kehrt zurück. Wenn die Wunde offen gelassen wird, müssen häufige Verbandwechsel vorgenommen werden, um sauber zu bleiben und Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Nachdem die Wunde geheilt ist, kann es notwendig sein, das Haar um den oberen Gesäßbereich zu entfernen, um eine weitere Infektion zu verhindern.